Reiner ist fast down. Ah, der hat eine Alienwaffe gehabt. Ja, die hab ich auch. Ich hab den A unterm Arsch weggenommen. Holy shit ist die Waffe stark. Ach, man kriegt auch nur Punkte, wenn man zwei Flaggen aht. Weil die anderen haben noch keine Bogen. Ich war grad hinter den. Ich hab die Schuhe, Winter, jawoll. Hinter dir ist noch einer. Ich kann nicht aimen mit der Tor, bitte. Ich hab grad eben Dattenzug veraimt. Warte, ich muss den hier einstellen. Ich muss den hier einstellen. Ich muss das annehmen. Ja, komm. Alter, wie ist bitte die Waffe? Und den Gegner da. Toll, jetzt bin ich woanders. Granate. Ja. Ja. Wir sind da hinzittert, ja. Diese Zone gehört uns. Sind da schon verfügbar? Digga, hier entzittert ja mal die ganze Zeit einer, ne? Ich hab den ganze Zeit gesucht, aber nicht gefunden. Die nehmen B ein. Ich sterbe, die kommen da zu zweit. Alter, hat er geflogen. Oh, Junge. Einfach Granaten draufgeballert. Äh, die schmeißen Granaten. Komm. Festung Bravo gehört uns. Ihr Team Punktet. Äh, die sind auf C. Die sind C, 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 C. Wir haben die Zone eingenommen. Ganz schlechte Idee. Ach, wir sind wieder bei B. Bestung Bravo verloren. Ja, ich stehe hier. Deine war fast down. Ganz regt sich den Kill. Da drüben, find ich. Digga, Nahkampf ist so op. Naja, ist wirklich so. Du schießt die kurz an und dann... Dann kannst du die einfach so easy wegboxen. Ja, du musst den Chill drunter machen und dann eine rausgeben. Dann seine. Zone gehört uns. Was jetzt? Da haben wir irgendwo nicht die richtigen Unschwunsch. Ja, da kommen die wieder. Alter, ich werd nur geboxt, Alter. Immer wenn ich von hinten pusht einer, wenn einer auf mich schießt. Gegnerische Team punktet. Oh, Alter, ey. Gegner hat Charlie eingenommen. Sind das schon in Vorbereitung. Die laufen zur dritten Phase. Weiter in der Ferne. Gegnerische Schiffe sind in Ruhe. Sind das schon verfügbar. Die gab ich grad nen Lack gehabt. Auf A einer. Festung Bravo gehört uns. Ihr Team punktet. Unsere Munitionsreserven sind niedrig. Das passt auf. Das passt auf. Da drüben. Feinde in Sicht. Noch einer tot. Ah. 2 bei A. Bei einer A? Was ist das hier? C? A will einer A. Ich brauch Hilfe auf A. Ja. Da kommen jetzt 2 zu B. Einer Bravo eingenommen. Das gegnerische Team punktet. Du musst nur 2 mal schlagen, Alter, ey. Auch wenn du eine Komplettrüstung anhast. Das ist der Wahnsinn. A wird eingenommen. Ja, die sind dafür gut. Festung Alpha verloren. Da drüben. Feinde in Sicht. Wir haben es gegenseitig gedötet. Ey, ich war nie. Die Kamereien schauen nicht hin. Festung Alpha gehört uns. Wir schießen zu schnell. Hinter dir. Ah, da ist der random. Ich werd so oft geboxt in dieser Runde jetzt, Alter. Der Wahnsinn. Ich werd eben die ganze Zeit geboxt. Äh, ich glaub. Gerade ist gerade eben. Äh, die kommen aus C gerade raus. Cinder Shot in Vorbereitung. Wie kann das den mal nicht nehmen? Ah, da ist noch einer bei B. A ist einer. A ist einer. A ist einer. A, 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 A. Hier haben wir das Triple Capture. Chutzi. Hello! Wahrscheinlich gibt es nur Pa 보면 er Schiepe. Wir hätten Alpha erobert. Ihr Team hunted. An der End, die sind ganz Grad eine Bargehele. Beide Shelby runter und dann beide in das Haus. Der mich so gefickt. Garantenkummer. Zone gehört uns. Was jetzt? Festung Alpha verloren. Hä? Ah, da kam noch einer. Beide sind zwei. Einer Richtung C, der andere Richtung A. Festung Alpha gehört uns. Festung Charlie verloren. Auf B. Ihr Team punktet. Wir müssen nur verteidigen jetzt die Punkte. Chill auf B. Nice. Nice one.